aber keine panzer siehst so jetzt geht guck mal jetzt direkt nach der installation geht auch schon wieder live jetzt funktioniert wo bist du denn live ja twitch aber ohne kamera abends gehe ich wirklich ohne cam rein nur tagsüber komme ich mit cam weil nachts sehe ich immer so müde aus ja gut alles funktioniert ich bin ready und du weil abends sehe ich immer so fertig aus deswegen ohne cam jetzt habe ich das prinzip hier ein bisschen verstanden diesen panzer den wir haben diesen t95 e3 der ist schon auf max und so nur die anderen panzer kannst du nur noch max jetzt habe ich verstanden so lange komme ich auch langsam rein aber welchen zum beispiel wenn man genug xp irgendwann hat welchen panzer könnte man zuerst da muss man gucken welche würde sich am meisten lohnen ja du musst auf die werte auf durchschlagskraft wendigkeit geschwindigkeit manche die haben richtig gut tempos gesehen von heute allgemein ja und ich jetzt und ich jetzt auch durch season pass kann ich sogar dings dann auch freischalten äh panzers und du ja aber vergiss nicht in der garage hast du nur so und so viel platz ne wie naja du bist ja nicht unbegrenzt ja wie passen da habe ich auch gar nicht drauf gehört ich weiß auch nicht wo man es sieht boah das geht ja voll weit dieser season pass ich habe nur 54 tage zeit dafür müsste klappen eigentlich kommt drauf an was arbeit zu haben guck wenn ich level 100 erreicht habe dann kriege ich dings da fahrzeug e-mail 1951 eis 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 und bandit und so ja gut du bist jetzt eigentlich weit oder ja oder noch irgendwas machen ne ich bin ready so du bist schon drin ok ja schon lange aber wo steht wie viel in der garage reinpassen weiss nicht muss man echt gucken warte garage anpassen steht das da ja inventar anpassen da steht nix weiss nicht also dafür gibt es ja extra so funktionen kaufen verkaufen oder die panzer weil ich glaube das ist extra dafür wenn das übertrieben wird dass man da irgendwas verdicken muss ja das wird schon so äh welchen nehme ich jetzt meinen zu den besten panzer so ich bin ready 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 und du musst bereit machen ich nehme den t44 erstmal da kann man immer noch gucken der t95 e3 ist der besser ne der ist ja auf gold schon aber der den ich habe macht eigentlich mehr schaden das einzige problem ist bei ihm die präzisierung aber ich weiss auch nicht 100% wie ich sie jetzt vergessern kann ne aber wenn ich das mit dem panzer legen was mir dranbleibe kann ich nach dem äh noch weitere panzer freischalten hm tolle ma tolle ma aber eigentlich kann ich wieder live und so wegen dem update konnte ich kann es ja nicht live gehen da was für ne das war wirklich ne scheiße was habe ich schon noch nie erlebt fast zwei tage hatte runtergeladen ein spiel von nicht mal 60 gigabyte das du das auch nicht gemacht hast ne ich schwöre das war auch das letzte mal wenn nichts mal noch so ein spiel so lange dauert ich breche wieder ab und mache neu dann müsste es schneller gehen das war ja voll übertrieben weißt du wie die ganze zeit war mein plästisch immer in ruhe und jetzt fast zwei tage ohne einmal ausgeschaltet zu sein das war ja voll übertrieben das ist banale du nicht da was nicht dass das irgendwie überhimmt oder nein im standby modus macht er nur das wichtigste das heißt wenn du das downloaden musst oder updaten musst dann warst du es er verwendet nicht diese an modus oder so weil bei mir ist es ja manchmal schon so wenn die place zu lange an ist und er merkt okay ich reagiere nicht dann geht er auch auf standby so bruder auf ne neue runde oh oder bist du ja let's go hey du sag auf Twitch jo jesss wir freuen auf youtube und streamen für 3 Stunden man kann das ja auch so machen man kann das ja auch so machen so am tag 3 stunden da 3 stunden immer so hin und her würd ich weil das würd ich auf beiden Contents was geliefert warum nicht kann auch machen so der wird auch meine idee so ein tag da ein tag da immer hin und her so für mich gilt erstmal so wo funktioniert es besser wie jünger da ja so gucken deswegen wir können ja noch gucken weil wir haben eh noch nicht viel erreicht den noch spiel warum nennen wir das oh direkt voraus oh ne nicht nur voraus direkt hier nehmen und wie der kommt aber gut hier nein das sind sehr viele alter pass auf nicht so oh oh da kommt einer hier hinten oh da kommt aller wie schnell das fährt oh das ist alles flinke monster Alter, los geht's jetzt los! Was? Digga, sind Kamikazos, Alter. Oh mein Gott. So was sagen kann ich schon. Digga, was ist los? Woher kriegen die diese Panzer, Alter, ja? Tja. Alter, die muss gut denken. Alter, was die ist. Mit solchen Panzern kannst du auch gewinnen, Alter, ja. Ja, das ist ja. Alter. Alter, die kannst du nicht mal treffen. Ja, das Problem ist, dass er tut. Ich muss ihn genau bremsen oder treffen. Hero, ich hab ihn. Gut. Die Pennebonis ist nicht eingesteckt, ne? Gut. Was ist denn? Shit, da kommen die anderen zu. Jawohl. Faithful, das stimmt. Was? Aber dafür hab ich den anderen wenigstens mitgenommen. Ja. Shit. Neu. Nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was gibt's ja? Digga, sowas hast du kennst schon, Alter. Aber woher kriegt man sowas, ja? Das ist krass. Ey. Ja, ne. Sowas hast du, ich kennst schon. Kannst du nur rausquicken. Ja, okay. Aber ich hab einen auch erwischt. Also, so ist das. Ja, einen, Junge. Hast du gesehen? Wenn alle so ihn haben, Digga, pff. Digga, einer ist ja okay, aber alle, Digga, das ist super drin. Ja, aber was mich dahinter so ein bisschen wundert ist einfach so, ähm, wie heißt das? Normalerweise, oder weiß nicht, 1 bis 2 maximal, aber das hat 3,4 auf dem Wahn. Digga. Das ist komisch. Digga, ey. Das ist... Ja, man siehst du, Bro, solche Panzer gibt's auch. Mhm. Ja, deswegen muss man sich da reinfuchsen. Ja, wie gesagt, wir sind auch Anfänger, also. Wir kommen auch irgendwann bestimmt noch rein. Ja, das muss man ja wissen. Also so, umso mehr du spielst, umso mehr kannst du irgendeinen Panzer erweitern und so. Und nachher auch triffst du den, ist ja schon fast daumen mit deinem Schlag. Ja, guck mal, die chinesische Mauer. Schwanzilein. Wir müssen da unten durchs Dorf. Ja, aber Parzell. Parzell. Oh nein. Aber da einer hat eine amerikanische Flagge gegen die Dings sind. Boah. Das ist immer die Pfanne. Aber das Geile ist, bei diesem Panzerspiel kannst du, keine Ahnung, viel Panzer verbessern. Auch wenn alle. Nachher, wenn du alles voll hast, hast du voll viele Panzer zu Hause. Kannst du eine Runde den spielen. Kannst jede Runde einspielen. Einfach von, du kannst, so liebe ich finde. Ey, mit dem komm ich wirklich gut klar. Und dann kann ich voll viele wegballern. Äh, ja, da musst du so ein Gefühl finden. Und dann kleinkbar ist es gut. Wie geht das? Das ist wie ein Affekt. Das ist wie ein Affek. Ich lade das. Ach, da hinten sind's alle. Äh, was von denen davor? Ja, ich lade das, was von denen davor? Das war und von der anderen Seite. alle zusammen eine richtung das war eingesteckt da oben er wusste ich könnte so dass der schnelle panzer so dass es uns überfällt von da oben ganz weit ist sie in der fremde ich bin da ein schuss was hat das mit dem panzer wo bist du denn was geht hier jetzt vor ihm gespielt aber von der easy runde und jetzt wo du drin bist mit dir zusammen verschwinden es geht jetzt kommen jetzt die ganzen streamer da warst du da und das ist voll heftigen schaden ich nehme mich jetzt bei mir ist eine wieder da ich kann doch nicht angehen ich habe jetzt der ganzen herr hinterher irgendwie merke ich immer wieder wenn ich jetzt raus weil die machen mich locker easy weg das ist für panzer hier 2000 2000 2000 stabil eingeliefert vorhin ging meine farbe auch oder ich verstehe das jetzt auf einmal geht das ne oder ist das wirklich dass nur einer im team die farbe haben kann ich sehe hier auch nur ein einzeln grün das ist mit deutschland flagge österreichisch könnte gutes team sein deutsch österreich mit litauisch kombinativ diesmal machen wir schlauer nicht nur voraus sondern mehr in deckung bleiben hier links hände gleich ist auch mit deutschland wie das so recht stund voraus und gegnerin alle sind der hat sich schon eingehüllt der bruder unterschätzt nicht dass da nur einer rum nehmen ja da ist einer ja hier direkt drin aber trotzdem ich glaube nicht dass es nur einer ist oh shit oh shit oh shit oh shit ich bin verstanden da kommt noch einer oh 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 my god scheiße shit nein shit halt komm der ist fast da um da hin einmal ein schick jawoll ja ... scheiße kommen die nächsten wach das hat eben die weh oh da hinten steht auch noch einer gut oh shit 1 hit was die wandern zu dritt die wandern zu dritt nö wandern weiter oben und die haben zu dritt auf mich gehalten sind da oben ja siehst du die dreine ja Alter schau mal guck mal wie die da losen aber wie kann man Panzer von da oben nach unten schießen das geht doch das Rohr kann man doch nicht bauen ey das wirst du hab ich noch was hat der für ein Rohr ne du ne da weiß ich schon gar nix mehr ja trotzdem mach spaß immer rauf da immer rauf egal wie auf ihr neustart ins Auto rauf rauf mal ran 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 hier bans bans ja aber trotzdem zu dritt auf einen Alter Junge ba bam ba bam auf einmal weg Digger Junge hab die gar nicht gesehen erst mal Junge ich hab das erst gecheckt als die mich abgeknallt ich hab das schon Alter hätte das auch gedacht dass die da oben lungern das wurde nicht mal vom Radar angezogen ne ne deswegen geil wäre es hätte man es gewusst und dann schön von hinten Alter ja die hielten sich aber auch hehehe da ey weil von hinten ist der heftigste Schuss wenn du dich von hinten erwischst dann ist fast schon dauernde Panzer von ihm oh mein Gott oh mein Gott bleee was ist das für eine Ente Junge doch keine Ente Mann was ist das Tag über Tag nein was für Tag über Tag so ein Typ oder irgendwas keine Ahnung Killer Killer Miller so ja ja mal schauen was treibt wundert ne hihihi wundert ich beobachte ich beobachte dass ich mir da nicht so schon flach hehehe warte mal der sagt davon kommt davon irgendwas einfach oder ey sieht ihr das schon oh mein Gott oh Franzose echt oh Franzose ja die französische hehehe 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 ich bin doch auch die Penner hehehe 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 komm ihr müsst die Schwerter kreuzen bruder hehehe 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 die franzose denkt sich was machen jetzt hehehe hehehe Wins sei so ein BG BG hehehe ey der weiß schon irgendwas du wenn der schon da so steht ja hier hier sind auch welche wo ist ah dahinten ey da kommen schon andere aber alter kommen alle ey die kommen von dahinten glaube ich alter wie geht das noch abkippen zu den Leuten ey 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 alter nahr oh mein dear Pat ja der Digga am Anfang mit deiner Drecksponsor für echt voll wenig Chance, weil das gar nicht so wendig, voll langsam, aber die gehen ab wie Züpfchen, Alter. Wenn wir jetzt die Dings auch aktivieren, sehen wir mal nicht. Alter! Oh shit! Komm, ich krieg den Futsch aus. Komm, komm, komm. Komm, komm. Nein! Alles! Shit! Damn! Wo bist du denn? Nein, jetzt kommt der schon wieder hier! Wieder das Flop! Vince! Ich! Der will aber richtig was hier! Alter! Aber ich hab den eben hier hinterm Felsen, hab ich den gut verwundet. Alter! Ich komm von beiden Seiten, Alter! Junge, ich bin schon tot! Du, denn ich bin die ganze Zeit dran! Alter, ich komm von beiden Seiten. Alter, das ist schlimm! Du, Hilfe! Jetzt zurück zur Garage! Ich bin auch tot! Was? Wie haben die dich jetzt vergisst? Alter, das... verstehe ich nicht, der wascht doch fast down, wieso, äh, Gott ist aber für Runden, naja, naja, auf jeden Fall, ähm, sehr stabil, das muss man lassen, ja, aber was erwartest, guck mal, wir sind Anfänger, wir haben noch nicht mal so gute Banser, guck mal, meiner hat jetzt nicht viel, 320 Schaden, 190 Durchschlagen, manche haben schon, mit einem Schlag über 1000 machen die Schaden, da machst du auch nix, deswegen, das hat nix mit Kern zu tun, das hat erst mal zu tun, dass wir erst mal Punkte sammeln müssen, äh, auch aufwerten müssen, deswegen können wir am Anfang nicht viel erwarten, ja, sollen die mal zeigen, was die mit dem Schrottpanzer sind, oder? ja, ich muss sagen, lass mal tauschen, du gibst mir den guten und ich gebe dir den Schrottpanzer, wenn einer anfängt, wenn einer anfängt, so rumzuhören, dann will ich dich mal sehen, auf jeden Fall, die erste Runde oder die zweite, weil das weiß nicht, unsere linken Panzer am Start waren, der ist, hä, das wirst du nie treffen, Alter, da brauchst du eigentlich schon so n Abwehrsystem für ein stoffer und goin' auf jeden Fall, auf jeden Fall, wir gleich mal ein Gegner auf der Seite jetzt fühl ich mich wie ein Panzerfahrer hier in meinen Stuhl eins was noch fehlt ist Apfelsack ich hab noch eine Dose aber kein Bock ich hab noch eine Dose abkippen du spielst irgendwann wirklich so eine Spieler-Playstation wo du wirklich diese Saugwand fährst und dann abkippen da gibts so ähnlich nicht unbedingt das gleich aber so ähnlich das heißt ja Farming-Siegel vielleicht da musst du so ein Bild abkoppeln das wär geil halt, du kannst ja auch vielleicht abkoppeln, glaub ich schon voll bauen wenn du gleich so ein Stück los hättest, hättest du das jetzt ein Paket dran, glaube ich aber ja, erstmals nach dem anderen weißt du was mir hier aufhört, guck mal die Pfanne, es gibt so wenige da hin der Klausius überwältigen oder so wir machen jetzt nur raus, Back to Mornings ne, ich schwör nicht, kann man das, muss man das kaufen oder was ist denn ja, Schild, irgendeiner hat mich schon gefunden ach, da oben geiße, ey, das sind nicht so wenige, jo ey, von wo schießen die, jo die sind überall, andere ja, die haben uns echt umzingelt hier und echt überall ich weiß nicht, was für ne Durchflasskraft die haben ich bin auf Pause gefühlt da du, der ist heißer mach deinen Job, Junge das sind voll viele die schüsse von allen Seiten ja, die schüsse von allen Seiten ja, die schüsse von allen Seiten ja, ich geh nie wieder so an die Front, Alter das ist dumm ja, wie ist das auch ballern die sich richtig über den Augen und ich glaub, die an die Front spazieren nur die die auf 100% sicher sind ey, das ist wie das so ein Plotter hat es regt so auf offenem Terran, Alter Rappers, Alter ich glaub, wie dämlich ist das Kott zu kriegen, Alter äh, leider du die 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 da sind mehrere keine die du das alles von allen richten man muss sie immer ein bisschen umzingen und dann einzeln vornen ja einzeln eher aber wenn die zusammen sind dann machen die wirklich schlau weil das ist das schlaues was man machen kann und dann hast du zelt gerne schon ich suche eigentlich diesen komischen Porten die ganzen rumschilden der kommt glaube ich Hermann WOLF 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 aber wenigstens 1 kill bruder und diesen floppen 13 zu 4 ach du heiliger dann spüren wir hier gerade den Schem und wie läuft das jetzt das ist irgendwie momentan richtig verdächtig vorher waren voll die easyrunden und jetzt ojeje aber ich glaube die ganzen Streber kommen so langsam rein krank eigentlich du überlegst, sie sind klein alleine alter, da waren 3-4 stück aber wie die uns ganz darüber rum hast du bei dir gesehen die kommen zu dritt nicht alleine eigentlich kommt immer am tag einer auf dich zu aber nicht zu dritt die flotten da die haben da richtige kraller gemacht die hab ich von allen Seiten gemacht umziehen aber wenigstens konnte ich diesen Ei noch mitnehmen ich weiß einer davon weniger ich bleib jetzt hier hinten kein bock ich gebe euch rücken ich komme zum schluss alle tot aber ich verteidige die Flagge aber ich verteidige die Flagge verstanden immer kannst du Signale sagen kein schluss gg wo ist das gg wo ist das gg was für eine aussicht ja aber aber dunkel stimmt hier gerade nicht uff ich glaube die wollen zur Flagge müssen aufpassen oh das sind wieder diese schnellen Fahrzeuge unterwegs ja die wollen zur Flagge mit den schnellen Fahrzeuge das ist dann kacke er fährt direkt durch ja er fährt direkt durch zur Flagge ja er fährt direkt zur Flagge nicht nur der eine wir ich sehe gerade keinen immer bei der Flagge bei uns ja deswegen nehmen wir erstmal die einzelnen tausend mal die Zingelfitsch Alter da kommen welche aber richtig euch ich die haben jetzt ein dickes Loch in ihrer Person fuck der Pfeffer oh shit hee 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 geiße alter Knutzen weg Alter da kommen noch mehr oh fuck ey nur ich brennt alter was geht schon juuuuh ich bin schon da ihr tot jetzt rückst du raus Digga was geht schon also ich bleib bei der Flagge ich bleib bei der Flagge Digga aber auf einmal kommen die ganzen schnellen Fahrzeuge haben wir irgendwas falsch eingestellt oder aber ist doch kalt der Krieg ist doch heiß ja hey mal spielmodi vor allem geht das hier ab wie Katze aber warum denn die schnellen Fahrzeuge das würde ich mir interessieren wahrscheinlich die die schon ein bisschen weiter sind ja dann kein Wunder was willst du da machen das ist doch eine billige Fahrzeuge leichte Beute für den ehh 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 deswegen sag ich müssen wir erstmal dranbleiben uns hoch spielen stück für stück und dann sind wir irgendwann auch so gut wie sie ehh 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 xp ehh ek so ehh 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 Vorhin habe ich gemerkt, er hat schnellere Nachladeszeit, der schieß gefühlt nieders, nicht mal 10 Sekunden. Aber nicht so viel Schaden. Aber egal. Der hat mir am besten... Der muss man sich durchführen. Stopp diese Stelle konzentrieren! Der ist mir reingefahren! Guck, Glittung gegen Amerika! Schwert der Kreuz! Doch! Ich denke, wir sitzen schon... Jungen! Oha! Einer sogar mit Schienenflagge! Ey, da suchst du welche schon direkt, jo! Weg hier vord raus! Die kommen aber richtig! Das ist schwierig auch von der Position, wie wir gerade sind, sie zu treffen. Oh, shit! Oh, sind sie auch hinter dem Felsen? Oh, shit! Das ist schwierig, die dann zu erwischt, finde ich. Hier von der Seite kommen auch voll viele. Ja! Wo bist du denn? Du! Äh, reicht's von dir! Ach du Scheiße! Ja, ich bin... Ich bin hier hinten! Ich bin hier hinten! Huch! Huch! Ich bin hier! Ja, natürlich! Schieß auf mir! Das ist ein anderer Junker ist, aber nee, schieß dich auf mir! Hey! Hey! Ey, wo fährt denn der andere Junker? Ey, Bruder, was machst du da? Ja! 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 Ich hab den einen gut erwischt! Ja! 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 Ich hab ihn wohl erwischt! Ja! 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 Die kommt von hinten! Ja! 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 Ja, wie schnell der Panzer ist! Ja! Der fährt gefühlt 200 kmh ganz weit um mich herum, im Speed und dann knallt der ganze Zeit auf mich drauf, mit einem Panzer, nicht mit diesem schnellen Auto. What the heck? So einen heftigen Panzer kann man nachher haben. Das ist ja krass. Wie schnell der war. Der fährt ganz weit um mich herum und schießt die ganze Zeit gleichzeitig mit einem Panzer, nicht mit diesem schnellen Auto. Der war gefühlt so schnell mit einem Panzer wie mit einem schnellen Auto. Ich habe viel übertreten. Kommt Jungs, ihr holt euch das Ding. Allerdings habe ich ein bisschen Schaden gemacht. Ich habe 2000 Schaden. Du hast nur 28 Schaden. Moment. Komm, kommt. Holt euch den Sieg Jungs. Dann schießt ihr auf welche. Die kommen schon da ein. Ja, veriebelnd. Die haben sich schön getrennt. Sie sind schlau. Da sind welche. Da oben schießt welche. Ich halte mich hier fern von denen ein. Wir gucken mir erstmal die ganzen einzelnen... Was ist das für ein Schuss? Nein! Alter! Attacke! Er hat den Kiel geglauben. Unschwein. Weiter geht es, drei Leute. Jawohl, ich kann es schaffen. Nicht mehr viele oberen Jungs. Gehen zusammen. Dann ruhig da vorne. Hallo! 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 Ja, zum Abschlaut. Ich glaube das ist der eine der mich gekillt hat. Aber der hatte nicht mehr viel Energie. Aber wie flink der war. Jungen! Halt! Raub! Ich habe mich da gespielt. Komm, sechs ging es. Zusammen jetzt. Ja, der ist auf. Einer noch. Einer noch. Einer. Juhu! Das ist der Win. Safe der Win. Wir sind auf jeden Fall in der Überzahl. Bei ihnen, der jetzt Flaggen umbringt. Aber deswegen ist das problematisch. Wenn er einen schnellen Panzer hat. Und die nicht schnell hinterher kommt. Dann kann er schnell ein. Aber da fahren schon welche von euch schon zurück zur Flagge. Die machen es richtig. Die Lust, aber.. Ich habe sich wo versteckt, ne? Ich bin trüge, also.. Stimmt, wo deine mocks noch? Ich hätte die espect konnt. Das ist die Eigenschaft mit der Weile. Schaff hat sich jeden einen. Eines noch. Bei mir bitte erzähl, das Problem ist mit der Präzision. Du bist der Typ, Digga. Hey, du bist von hier überall an. Weil, wenn normalerweise irgendeiner von ihnen das finden würde, dann würde das ja irgendwo auch gekauft sein. Hm, eigentlich schon. Digga, ist ja voll gerissen natürlich. Du bist ein Ninja, Digga. Schon fast der eine, der mich gekillt hat. Kann ich mir vorstellen, weil das so einen schönen Punkt wäre. Den doch schon irgendwas markiert. Kann sein, dass sie schon wissen, wo der steckt. Aber mal dahin. Ja, wo steckt denn da Lungen? Halt, das spielt ja richtig auf Zeit, Alter. Was ist das? Ohne Pflanz. Halt. 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 Nirgends. Hey, der ist bei der Flagge. Ach, da ist da hinten. Bei der Flagge ist er. Ach soo, so ein Fuchs ist das. Ich hab doch gesagt. Ey, das ist ja auch seine einzige Position. Ja, das ist ja. Weil er ist ja runterzahlt. Tja. Aber der ist geliefert. Aber dafür, die Leute haben das auch schon geschnallt. Siehst du, die fahren irgendwie direkt da hinten. Ey, das ist dieses Schnellfahrzeug auch noch, Alter. Der geht schnell ab. Da darf man nicht den Rücken zukehren bei dem. Naja, das hab ich auch schon gemacht, weil da machst du gar nichts. Der ist schon wieder abgehauen. Hier in der Seite. Der spielt ja richtig Katz und Maus. Alter. Wir jagen hier einen einzigen Panzer gerade. Der spielt voll auf Zeit, Alter. Was ist das? Ey, ja. Ich kriege jetzt hier den Dings. Ja, eigentlich müsste der eine schon 300 Milch Schaden verpassen. Ja, Junge, der ist gleich da. 1,200 und. Also 54. Ja, ich kriege da noch. Naja, ich kriege es dann wieder. Ja, Junge, guckt mal alle. Wie sie hinterher fahren. Ja, Junge, guckt mal alle. Ja, genau das. Das war die Mücke, Bruder. Das war die Mücke, Bruder. Was war das, ne? Egal, Sieg, yo. Das ist eine richtige Mücke. Alter, deine 6. Was geht denn? Dein Panzer sieht es schon wieder aus. Deswegen. Ja, mein EP-Alten. Einen Tage habe ich auch bekommen. Perfekt. Wunderbar. Warte mal. Welchen Panzer nehme ich jetzt? Jetzt muss man eben gucken, welchen Panzer ich aufwählen würde. Den M46. Gib doch zu, dass der Panzer kein Krieg ist. Der hat am Ende 740 durchgelockert. Und der? Oder 740. 740. Arztgruppe. Ach was, da ist diese Kacknebelwand. Hm. Ich nehme den M46R1. Lions. Warte mal. Beste Kraftstoff. Beste Cauchers. Beste PS. du brauchst du ein bisschen ja hast du Bus aktiv, Brugge? nee gut gerne ah doch, da steht plus 100% xp nein, drück mal Dreieck ok ja und dann was ist aktiv, was ist nicht aktiv Booster für Fahrzeuge, P, verbleibende 1 ja was ist aktiv wo steht das aktiv ja da ist nichts aktiv ja siehst du Booster für Kommandanten x4, sogar x6 ja das ist aber für jede Runde, nicht für immer Booster für Fahrzeuge, P x2 Booster für Fahrzeuge, P x2 ja jetzt ist es aktiv kann man mehr auch aktivieren, gleichzeitig was ist das ja wie jede Kategorie ungefähr so ja das war so ja komm mach ihn jetzt nacken 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 passt doch ja musst du uns schwimmen Ruhe Jacqueline Ruhe Jacqueline Ruhe um sich mein Panzer hier hoch Komverte mit meines bald Stufe 9 dann noch 1 oder 2 Stufen dann kann ich mir wieder neue schon holen Panzer aber die kosten wie gesagt für den einen den ich mir schon ausgesucht habe der danach kommt der kostet 3,46 Millionen Silbermünzen ich hab gar keine Silbermünzen mehr echt? ich hab schon alles ausgegeben Junge wir haben Panzer zu verbessern jeden siehst du das hab ich schon unter mir mhm ich sehe die das heißt fleißig spiele sammeln sammeln ok bin ich mal gleich hier gespannt wie ein Fisch halt mal he oder was will der jetzt schon hm der Chef hilf mach mal den langs decke mich ach wir greifen mich hier rum Sneaker, wie Ding sagen würde ich, Sneaker. Und dieser Panzer, keine T4, 4A, auch T4, 44A, das ist doch zu selten wie hier auch. Oh, kommt da schon jemand gesehen? Wieso, es ist doch nicht wieder hier direkt vorne, Mann. Das ist doch komisch. Hey, direkt rechts, ein Flinker. Hm. Du. Geh nudel schnell. Da kommt ein Angrafer. Bin ich. Bei Abel stehst du direkt zu vorne, und ich komm von hinten da. Ja, toll. Da ist der, direkt jetzt von links schon. Die Fahrer verloren. Das gibt's doch nicht. Jungs, wo seid ihr alle? Hilfe. Irgend solche, irgendwelche Leute schützen. Ich bin schon fast dauernd, Alter. Ja, moin, das ist direkt hier vorne einer. Ach, du Heiliger. Unterstützung. Wir brauchen Luftunterstützung. Wir brauchen Luftunterstützung. Mehli, Mehli. Fuck, ich kann höchstens noch auf irgendeinen anknallen. Aber mit Abknallen könnte ich jetzt keine jetzt. Scheiße, die sind hier alle. Wir brauchen Luftunterstützung. Das ist fisch. Wir brauchen Luftunterstützung. Ich bin jetzt auf hohenes Torhaubegeber. Ich spiel das jetzt gleich links, nochmal 2. Ehhh, der lauert. Null. 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 Wir müssen noch kommen. Null. Null. Ich bin da Aber ich habe glaube ich den einen noch erwischt, bevor er mich erwischt Der einen habe ich auch gut erwischt, ich habe gut Damage, No Kill Ich habe 2 Kills auf jeden Fall, aber es ist vor viel, sie haben 0 einfach Abzugrafen Egal T44 Warte mal, ich muss den mal gucken T44, das ist eigentlich auch nicht schlecht, der Panzer Guck mal, wenn du jetzt in den Bereich gehst T44, ich gehe mal auf Panzer, also R1 Dann wirst du sehen, dass die nächsten Möglichkeiten So, ich will den SU 122 Der würde mich nachher kosten 3,46 Ja, welcher Bonds du buchst Das würde ich entscheiden, aber das wichtigste Nein, im Zeug und welcher Welcher Weiß ich doch nicht, Mann Für mich ist bislang der T44 Mit der nächsten Möglichkeit der Welt Aber so viel Am Ende kriegt der auch nicht Doch, er kann sich weiter pushen Bis zu dem T72 BU Und er hat nachher über 600 Für Schaden 550 Aber das ist nicht viel Das meist ist ja diese Der andere hier Wo war der? Der M46 A1 Der hat nach über 700 Oder der Centurion Der kriegt auch nach über 700 Durchschlagskraft Musst du entscheiden, deswegen Was für dich wichtiger wäre Na scheiße, du spielst den Centurion Centurion Er war eigentlich der beste Ich nehme meinen E95 E5 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 Er ist quasi schnell bereit Aber den T4 Kannst du ja nicht mehr назвeln Jo E5 der ist schon entspannt Aber ich kann trotzdem teilweise noch Kommandanten-Defektionik, wie es heißt. Boah, ist das in Ägypten? Palfire... Palfire, Pass... Keine Ahnung, oder schnitt? Das gibt's ja echt viele Maps, Alter. und das hier ist der bereich kalte krieg wenn du auf dings gehst weltkrieg glaube ich dann sitzt noch eine ganz andere baustelle muss man auch gucken welcher krieg der besser ist für mich ist der der im weltkrieg habe ich geguckt da sind die panzer irgendwie schwächer auch vom angriff da muss man auch alles so ein bisschen fach nach dem buch und das geld hier ist auch Das ist nicht schlecht, der FV-405 Ja ok, der Zentrum ist ja verlarm, ach schicken Ist doch gesagt, der ist höchst Link Wo wollen die hin? Alle ganz rechts Alle Kommen die davor Oder hab ich irgendwas verpackt Du, Falschschaden Ich Wer fährst du mit der ganze Zeit hin? Äh? Ja Ich will Hm So weit Uh, das ist natürlich Ja Ja, das ist einer Ich glaub da sind locker mehr Hm, locker mehr Ja, da hinten bei den anderen trocken recht schnell Genau Wie hier sind zwei hier schon weg vorne Es kann sein, dass die Flotter bei denen die am Start ist Ja Eine die auch hat schon gut eingesteckt Das nur 60 und tausend runter Was? Was? Sind sie da oben aufgetraut Wir wurden nicht mal angezeigt Oh, oh, oh Jetzt haben wir den Salat Irgendwas hier im Butch Weil da sind die da so schnell hingekommen und es würde gesehen Ja War schon nicht diese komischen Dinger da Ja, war schon nicht vorbeigeschlicken Ja, war schon nicht vorbeigeschlicken Ja, du schießt dann einfach von der anderen Seite von den Bergen Na mal klar Entschuldigung Oh, scheiße Du bläst nicht mal einen Stop gerade Das ist die Scheiße Fuck Alter, sie sind da oben auf dem Berge? Ja, und nicht nur einer Das sind nur 6-7 Stück victor hat mich abgeknallt der erste def und einschluss ja der victor holt dich jetzt hoch der erste def in den ponser nicht nur auf der karte bruder deswegen die kürze ich unsichtbar machen wie für eine reichweite ich habe ihnen schon mal eine antwort geschickt unsere leute erobern die flagge vielleicht gelinnst du die haben gleich die flagge erobern könnte funktionieren ja wir haben gewonnen doch weil von denen fährt da nur einer zur flagge oh die erobern ist auch unser ich glaube wir haben die abgelenkt unsere schlauen leute haben das eingenommen krass wie krank war der heine hier bei mir war der kranke dieser victor hat sehr viel ponser deswegen sage ich doch was wollen unsere müllponser gegen die machen aber ich will überlegen worauf muss man drauf achten auf geschwindigkeit durch schaden und geschwindigkeit natürlich auch deine treffer punkte also alle sind sehr wichtig aber geschwindigkeit hast du selber gemerkt kommst du schnell voran warte ich guck es t44 51 genau ok ja der susu 38 48 ja habe ich doch gesagt das ist eigentlich der beste der m46 a1 na gut den ball ich jetzt das kann noch nicht sein nacht streben wir müssen ruhig sein der ruhige vogelkräfte jaja 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 irgendetwas für ein langes Ziel für den ruder hatte jaja konnte das gefühl von überall treppen jaja auf jeden fall scheinbar sehr schlecht und präzise jaja 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 ja siehst du guck mal was willst du erstmal bei uns erwarten was sind noch anfänge wie wir gar nix sind aber guck mal die meiste sind im Glück da auch eigentlich ja Jürgen meine Trefferpunkte die ich habe mit dem Panzer jetzt das sind 1400 die sind 2450 ok 50 Trefferpunkte das ist mehr als 50 die vorne haben 1700 1700 2200 nicht schlecht ja Jürgen bist du los ich gehst du Bruder das war ein Warnschuss richtig wie ja das war eine hier vorne die ab ich glaube ich schleiche mich jetzt auch richtig hintendlich von außen zu den Reihen nein 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 er taucht aus hey der Feucht ist hier vorne nicht das ist wirklich schön sind sie schon überall eh oh muss aber auch von dem Berg da aufpassen ganz schön alter das ist ein Berg Leute ganz schön ganz schön ja das sind richtig hinten du die kommen von rechts auch wieder zu dritt praktisch war das brutal man kam zu dritt ich reiche dich bruder vielleicht warum sagt die es nur bei mir ich komme nicht mit meinem pärkuh Ah, da unten ist er... Oh, noch ein Schuss! Einen noch mitgebracht Oh, oh ja, okay Juhu, komm, komm Oh, oh, oh Oh, oh, oh Das hat jetzt nicht in den Platz Hä, von wo schießt er einer, Junge? Ich kann mich vertreffen, der ist doch nur... Hä? Guck mal, wie oft er schießt, von wo? Guck mal, von ganz innen, oder was? Ja, ich glaube, hinter dir, aber sonst... Oh, da... Der war aber von Raid Der ist hier Ja, moin Blondi Hotel Naja, raus Kein Bub 10 zu 8 Ah, Schmutz Ich muss schon eine Stunde hören, sonst komme ich vor wie 10 Minuten Höh 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 Kann ich nur was machen Ja, gut, fertig geht's Ja, weiter weiter Hopp, hopp, hopp Nicht schlafen, ja Ja, nach drinnen will ich so kurz rauchen, du Ja, ich nehme jetzt den T-44 nochmal Höh Der Panzer muss rauchen und der Panzerfahrer muss rauchen Ja, du rauchst einen Panzer, Junge Der Panzer raucht hinten, ich vorne Das Problem Wenn du getroffen bist, rauchst du eh Nee Das ist immer rauchen Rauchst du im Mund Höh 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 Oh mein Gott Nein, du stehst du aus, Alter, das is ja voll gefährlich hey Höh Hä Ich muss das krank Keiner hat gesagt, dass das so gefährlich sein Ja ich dachte und ein Rumpf Höh Einer hält mich nichts auf mich schießen Mami He Höh Sch*** Süß wie ich nachher ab 1978 Warum habe es noch mich Mami! Mami! Erstmal zu weg, schau! Oh Mann! Oder erst mal zu Rive, Papi! Ich baue Füße in Rive! Visuell ist die Hand raus und ganze Bier rein rein! Füße in Rive, rein! Und dann schnappst du aus Bühnen! Hey! Ich bin sehr schön! Du musst sagen, ich hätte doch davor gerufen, bevor ich gedacht habe! Du bist das Problem! Oh Mann, Mann! Ich fahre mal hier drüber! Ich versuche mal von außen die Flagge einzunehmen! Oh, ne, da kommt schon einer! Oh, ich hab schon, Alter! Junge! Komm mal klar, der hat mich... Ah, gefunden, der hat richtig viel Schuss! Und der ist nicht alleine! Heiße, Mann! Also ich weiß noch nicht mal, wo die sich hier gerade versteckt ist! Da! So richtig flott die zwei! Das sind noch schön diese Flocken wieder, ja! Oh je je! Shit! Shit, Mann! Der Gegner nimmt unsere Basis rein! Hey, hey, hey! Los! Oh, oh! Alter, ich hasse dich, Mann! Ach, ja Mann! Alter! Ja, guck mal! Ja, Mann! Ja, Mann! Ja, Mann! Ja, Mann! Ja, Mann! Ich schaue mal! Und, da bin ich bei der Burg! Ja, Mann! Ja, Mann! Ja, Mann! noch einer dauerung die schüsse von der brug was soll denn da hin? was soll ich denn sagen? ich soll es vorsichtig sein huff nee, da wollen wir nicht pfeffer jawohl noch einer ach man jesus willst du wieder solche flocken? dame ja, scheiße ey, was ist denn das für Leute, man? pff ich muss erstmal die kleinsten abcashen oh oh da ist eigentlich fast da unten ja, ich sehe joh, der ding oh ja, ich schieße noch mal jetzt genau 8 zu 10 oh, ich schieße mich nicht weg joh ich bin dauerung ich bin dauerung ja, ich bin dauerung ich bin dauerung Ah, warum sehe ich ihn nicht? Da kommt er ja schon. Der ist flink. Guck mal, wie oft er auch schießen kann. Wie soll ich ihn nicht schießen, wenn der Tom nicht hinterhält? Alter! Alter! Nein, die Kette! Alter, wo kommen die alle her? Alter, komm mal klar. Ja, wir sind krampig hier. Maka! Was hat der für eine Faust? Der ist riesig. Der ist ganz verdrungen. Scheiße. Der kann auch kurz nachladen, wie man sieht. Nee, der schießt im Sekundentag gefühlt. Aber warum steckt den ganzen anderen da gerade? Vielleicht habe ich gerade wenigstens gutes Ablenkungsmanöver gestartet. Naja. 6 zu 6. Ja, raus, raus. Ja, man hat schon echt übertrieben diese Panzer. Naja. Ja. Hallo, Junge. Ich habe einen, der habe ich mitgenommen zum Teil. Schaden habe ich auch gut da gelassen. Ja, immerhin. Hauptsache es muss Spaß. Ja, auf jeden Fall. Warte mal. 4097 brauche ich. Fuck. Ne, wo bist du? Gleich, Junge. Ich muss kurz rauchen. Was ist so? Panzer muss rauchen und Fahrer muss rauchen. Mhm. Ja. Centurion. Hm. Aber da... Aber Bruder, weißt du was für ein Typ du machen kannst? Du kannst auf diese Panzerliste gehen. Und diese ganzen Panzer für Null, die kriegst du, wie das heißt, für Null. Und sonst. Dann musst du dir den Weg mal angucken, was draus werden kann. Hm. Habe ich schon mal gehört. Das musst du dir angucken. Ja. Auf jeden Fall habe ich gemerkt, diese kleinen, schnellen sind wendig und so. Hm. Aber die haben nicht so viele Trefferpunkte. Hm. Aber Schnelligkeit, siehst du, ist A und O, egal wie viel Schaden wir machen. Schnelligkeit ist A und O. Hm. Irgendwie weiß ich nicht. Hä? Kann doch nach hinten losgehen. Empfehlungsfortschritt. Bei mir sammelt er immer noch nichts. Was ist das? Hm. Junge, es geht nicht so schnell. Sammelt aber nicht so schnell. Bei mir steht immer noch Monatsfortschritt Level Null und Jahresfortschritt Level Stufe Null. Äh. Nehmt noch schon. Was ist aktualisiert? Hm? Äh. Äh, aktualisiert sich das Ganze noch. Mhm. Ja, da steht aktualisiert Doppelpunkt, aber nichts dahinter. Wird dauert das einen Tag, mein? Muss sie jetzt alle so zusammenfassen oder so? Äh. Äh. Mal morgen gucken oder heute Nachmittag. Hm. Äh. Ich versuche das nochmal einzugeben. Hm. Weil ich versuche das nochmal einzugeben. Hm. Ja. Du kannst durch diese Effekte und so dein Damage und das Ganze auch erhöhen. Ja. Das ist wie. Hey. Was? Nix. Na ja, auf jeden Fall wie gesagt, da muss man echt ein bisschen sicher dranbleiben. Und vor allem gucken, was besser ist, ne? Hm. Ne, ach, keine Ahnung. Mal kurz Streaming bearbeiten. Ach. Ach! Ach! Ach. Die Pinzeln sind zurück. Oh! Ach! Was für eine Rekrute, Alter. So, auf jeden Fall, wie gesagt, vielleicht geht es richtig durch. Wie gesagt, du kannst ja bei dir mal gucken, wegen Panzern oder so. Ich guck selber, Junge. Ich muss jetzt was anderes gucken. Junge, komische Schmoddelseiten. Du kannst gucken, was du willst, ich guck, was ich... Ich guck aus dem Fenster. Aber ich verstehe wirklich nicht, warum er diese Monatsfortschritte nicht sammelt. Keine Ahnung. Ich hab auch vorhin geguckt, was ist so, woher gut war. Man kommt in dieses einen rein. Ich bin doch eingeloggt. Ne. Auch. Aber wieso sammelt er bei dir, aber bei mir nicht. Die Belohnungen steht in Leitung. Meine Statistiken. Ich bin doch gar nicht so für eine Einschränkung. Man kriegt sogar eine persönliche Bewertung. Ich hab persönliche Bewertung. 2107. abschüsse habe ich 44 Daten im Durchschnitt 1,9 8000 ja doch das wird aktualisiert das was du online siehst wahrscheinlich jetzt und das was du jetzt was siehst das wird aktualisiert das online sieht anders aus gerade aber es ist voll teuer 3,4 Millionen 3 Millionen wie ich weiß was ich machen macht, macht, bruder Alexander muss ich mal nicht zu schnauern 3 3 3 3 gut 4 4 5 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 6 6 6 5 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 6 6 6 7 7 8 8 9 5 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 6 5 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 6 5 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 6 5 6 6 6 7 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8 8 9 8 9 9 9 9 9 10 10 10 11 9 9 10 9 10 9 10 die wollen uns umzingeln ich glaube einer hat sich hier doch auch aufgelöst gerade eben einer sich nennt Rufless Rufus alle die kommen hierbei richtig schreitigte Brunnen blöch 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 gräht man nöder Schäu leeren erst blöch 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 ja moic direkt auf mich Andre90 ist meine kupole ordentlich Jawohl! Hey Jungs, du musst mir helfen! Da kommen doch schon ein paar... Da hinten ist noch zwei, oder? Ich hab auch noch... Einer von mir ein bisschen sieht, dass du da... Hey, auf der Seite, Alter! Oh mein Gott! Sieht nicht gut aus, Punkt! Der andere sieht es hier! Töger! Nicht in der Länder, sei! Hey! Von wo? Hä? Hä? Aus der Luft? Was? Mit einem Schuss? So krass! Ich hab gesagt, mit heftiger Munition, oder? Ja... Naja... Das Reize sind... Hm... Ich glaube, wo ist jetzt auch ganze bei Centurion? Warte, ich bümpe noch ein bisschen wegen Flagge, oder so... Den Centurion... Was hat denn da eigentlich für eine Munition? Ja... Der 200... Hm... 200... Hartgeschwindigkeit... Warte mal... 448... Bein Radius... Hä? Was? Man muss sich die ganzen Farben und so immer neu kaufen? Was ist das? Ach, Digga, ist das doch voll verarschen! Ich dachte, wenn man gekauft hat, bleibt die für immer! Hä? Digga, ist ja voll Müll! Oh, Mensch! Ist ja voll verarschen! Ja, auf der Rumpf zu werden, du! Hm... Digga... Hm... Warte mal, ist das nicht... Oh... Nichts... 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 Oh... Doch... Hm... Tja... Was zubehö... Hm... Was tut's... Ech, Digga... Wieso muss man alles jetzt neu wieder kaufen? Warum kann man nicht gekauftes nochmal finden? Ech... Ach, Digga... Oh, ich hab schon was bekommen... Gut... Ja gut... Ich bin ready... Scheiße... Wir haben zu viel investiert, wir sind... Ech... Aber man muss für jeden Panzer die Farben neu mal kaufen, was ist das? Das ist ja völlig verarschen... Ich dachte, eine Flagge, dann kann man abmachen und haben einen neuen Panzer dran... Anscheinend muss man immer neu gucken... Was ist das für ein Schei? Ja, das ist ja schwach... Ja, also vom Panzer die Farbe abkratzt und sagen, ey... Wie klipp ich jetzt wieder? Ja, bei der Farbe vielleicht versteht man, aber bei Flagge, die kann man doch abbauen... Das wird schlecht... Ja, kostet auch Geld... What the heck man... So, jetzt habe ich Centurion... Jetzt bleib ich auch bei denen, bis er wirklich ganz oben ist... Abfahren... Aber so ist er verlarmarschig und viel zu langsam... Auf jeden Fall, ich nehme diese andere Muni... Mit die Standard... Sondern die zweite Munition... Er hat angeblich Brennradius... Und will ich mal gleich ausprobieren... Hm... Ich muss mich desertisch ausprobieren... woher ist das Leben natürlich nicht! Ich werde mich verletzt... Bei dir das war noch, communAPLY! Sie können auch hier verstehen... Was, woher ist denn... Ich werde mich dran... Ich werde mich zu lange... Seid, ich werde mich zu. Tranin, ich werde mich zu. Ich werde mich zu... Ach man, verrasse ich, das ist doch blöd da. Mal gucken wie genau ich vielleicht der ist. Ja, das ist nicht so schnell der Panzer, aber auch im Grunde. Pfefferpunkte sind echt übel, dauernd nicht immer gut. Nee, da schießt schon schon. Ruh! Oh, da oben sind die. Oh, da oben sind die. Alter, da haben wir mich mit einem Schuss von Kälte. Kälte muss schon. Oh mein Gott. Ich hätte doch ganz, das sind da eher wohl so. Jawohl, Jungs. Stabil. Oh mein Gott. 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 Ey Junge, ich hab diese Spezialfunktion. Was ist das? 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 Keine Ahnung, ich hab den ganzen Tag getroffen Jungen Was hat denn schon eine Panzer an der Stadt? Was ist das? Was ist das? Oh, da hat einer auf dich abgebildet Rechts Rechts oben ein bisschen Nein, der hat sich eingewischt und wieder sein Schiff Pass auf Keinen Schuss, bin tot Digga, was ist denn da passiert? Digga, was ist denn da passiert? Digga, wie für eine Motion Ja, sozial Wo bist du denn? Nein, Digga Ach man, auch schon tot Was ist das für rum auf einmal? Ganz anders als am Tag Es gab keine Chance Egal Das ist schon krise Aber warum kann ich den her eigentlich erweitern? Egal Ich gucke bei mir Kann ich noch einen erweitern? Ne 40 14.000 98.000 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 4 4 3 3 4 4 4 5 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 6 6 7 5 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 12 11 12 12 13 11 12 12 12 12 12 13 15 15 13 12 12 14 15 15 15 15 15 15 15 dann knallt der mich von oben an so ne sau alter was du hier ey was hast du für ein kranker Schatten M4 M46 A1 wir sichern die Basis den ausgewerben oh 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 ey 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 von da oben Alter Aua oh oh Alter Alter paar Schüsse Alter zu wenigstens noch einen Kill habe ich mitgenommen Ich auch Ah ne Quatsch Deinen hat mir meinen Kill geglaubt Irgendeinen Ihr verschillt du Egal 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 Du musst du gehen Ich hab keinen Kommandanten Ja los Wider rein drücken Wider mal Bruder ganz kurz Nein nicht denken machen Ich hab einen Kommandanten 14 und ein Panzer aber sonst ist das kein Käse Da kann ich echt Punkte Verwischen kann ich nicht Ich hab einen Standardkommandant Wider mal Fahrzeugzuweisung Venturion Zuweisung Zuweisung Oh wider mal Ich hab einen Garage Du hast mich einen Kommandanten Und jetzt Bride Hey der hat einen Zuschauer bei dir ist ja wirklich wieder abgehauen Ja soll ich doch So ein Mist Ja Du riechst am Roku Ja Man kann die nicht festbinden Ey Mannheim wieder Mannheim Gelbe Ding dann Ja Wenn der Ampel Mhm Funger Cheesh So Welchen Panzer Cool ist am Start Keiner Irgendeinen 44 Ehh Ist doch egal welchen Ich hab so ein Panzer Hehehe Panzer Wir werden eh verlieren Hey Deiner schon markiert Ehh Wechsel noch E6 Der Junge Da muss ein Markierdorfen Geben bleiben Ehh Ehh Hier ist einer mit russischer Flagge Ehh Hehehe Hope Good Läuft Der Täts Ich wollte kaputt machen Hehehe Geht noch ein Schiff Hehehe Ne Manche Sachen Ich glaube ich musste sich von den anderen Abtucken Ja richtig Si Halt hab die Dieseln drauf Wo Was die Hoche Hm Hm ja, guck mal die fahren hier unten lang aber was bringt das? du bist ja irgendwie wieder hoch damit der nicht immer hoch schießt das ist viel eingefahren jetzt ich bin zufrieden meiner ist oben die sind hier oben oh man ah, da sind die beide oh shit, komm gut auf der Brücke ach so und links auch noch die beiden auf der Brücke 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 da geht nicht durch bei mir auch nicht was ist das für eine Panzerung Alter Alter da vorne ist noch so komisch ab scheiße, aber ein Schuss ich bin down Alter er hat sich hier eingehüllt er hat sich hier auf der Brücke auf der Brücke auf der Brücke auf der Brücke nach rechts unten oh da hinten warte sieh den doch an ne ne uff hast du denn erwischt ich nicht, aber ein anderer Kollege bitte toll zu meinem Panzer so kein Arsch ich bin down Alter oh shit ach nö was sind das für Runden? Alter auf einmal, das ist schon geistiges Geschirr egal wo du egal wo du dich versteckst die treffen dich von überall weißt auch gar nicht wo er uns befindet da weiter eingesetzt hat Premium Lied, oder was ist das denn? ja kommst du im Kling oder so? ja, ja hey da kommst du ins Link an du du jawohl da ist noch einer hinterm Haus nach gegen sieben zum du 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 das du 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 Das ist ein guter Amts. Ja, Praller! Nächster der Mars, hallo, dreh die Tänne, Alter! Was ist da? Hallo! Hallo! Da können mich ja raus abknallen, wenn die Antennen sich nicht drehen. Alter! Digga, das ist voll vertriebener Runden, Alter, Junge. Soll ich nicht schließen, wenn der Turm sich nicht mitbeht? Ja, deswegen sage ich doch, ich glaube, bei der Spiel ist Geschwindigkeit A und O. Deswegen versuche ich ja ganz, weil die sind komisch, um, wie heißt das? Centurium? Ja, ich bin mal da. Dann kannst du die so abnehmen. Warte mal, wann kommt der Moment? Warte mal. Ey, Junge! Warte mal, ich muss die Munition holen. Centurium. Ups, da war ein bisschen viel. Warte mal. Ich bin bereit. Warte mal. Hast du jetzt auch Centurium genommen, oder? Nein, das war wie ich den Tier 44er. Also im Endeffekt haben wir gerade gewechselt. Es ist nur den Centurium, die beiden von vorhin. Aber da siehst du bei dem Spiel, die Geschwindigkeit ist A und O. Und siehst du... Aber hast du gemerkt... Ja, aber hast du gemerkt, die einen Panzer, die so quadratig aufstehen, Alter, die haben eine heftige Durchschlagskraft. Und das ist übertrieben. Die machen so viel mit einem Schuss dich tot. Ich glaub, es gibt schlimmere Panzer als... Das sind diese... Ich glaub M-Klasse oder so. Aber vielleicht hätte ich davor vom Panzer keine Ahnung, aber jetzt zu langsam kommt man da rein, Alter. Ich bin der Mensch! Ich bin der Mensch! Oah! Mach die Ende hier! Glezi, das žein nur ... Also mochte du dir sagen, das sind der Klerrad Simp... Boah, das stinkt. Oh mein Gott. Ja, aber stell dir mal vor, auf einmal spielst du, auf einmal guckst du dahin. Auf einmal steht er nicht mehr in Eins, steht 100 Zuschauer. Huh? Blablablabla Schaust du, was geht hier? Hey, träumen. Du musst sagen, ach, das ist doch meine. Dann guckst du wieder, das ist ja wirklich. Aber stell dir mal vor, das wäre krank. Krank, genau so. Hey, Montus ist auch live, sehe ich hier. Hey. Aber er macht Just Chatting, vielleicht nachher kommt er. Aber ich glaube nicht, weil es ist schon 3 Uhr morgens und die Zeit geht ja schon meistens schlafen. Ich habe halt doch gesagt, wenn er spielt, dann macht er doch meistens Off-Stream. Hm, ja. Ja, wegen Stream-Sniper. Hey, vielleicht radet er uns. Aber eh das... Also ein Out-Rain. Ne, ne, quatsch, das kann ja gar nicht sein. Wir lassen nur 400 Zuschauer. Vielleicht streamen wieder ohne. Ja, das ist genau so. Was sind GetOnMyLevelTV? Das ist nicht Mont. Mont ist ja nur GetOnMyLevel. GetOnMyLevelTV? Ne, Mont ist doch Montana Blake, stimmt. Was du GetOnMyLevelTV? Ja, auch. Oder doch GetOnMyLevel, keine Ahnung. Ich habe es auch vergessen. Das ist meine, viele Tausende. Wir haben ja oft. Ja, wer kennst du denn das schon? Deswegen will ich bei einem Kanal bleiben. Weil nachher kommst du eh durcheinander. Ja, und wenn ich erweitere, dann heißt das, äh... Zum Beispiel, Heiler, Stynius, 92 oder so, oder was weiß ich. Aber ich finde das nicht wie bei Mont. Spontaner, Montana, was weiß ich. Haha. Die Leute wunden. Du zentriere dich auf diese Stelle. So wie Elias, halt auch. Pausen-Kanäle. Komplett, behindert man nur. Entweder einen, wie ich... ...slamm, irgendwann, mit der Zeit, paar mehr. Oder gar nichts. Der kommt hier hoch. Oh, der steht. Nein. Oh, ne. Ja, der ist. Einer mit Ukraine. Der ist. Der ist. Oh. Ich weiß nicht. Ich dachte, die fahren Panzer real live. Was machen die bei World of Neck? einAS ा 정도 Einer nicht. Natürlich trifft der. Ich bin da. Ich auch. Junge, ich kieße die ganze Zeit auf den Rauch. Triff nicht, trifft nicht. Ja, Junge, die haben zu stabile Panzerung. Deswegen sage ich, Junge, was erwartest du, Junge, unsere Panzer sind viel zu schwach. Da ist nichts. Keine Durchschlagskraft. Durchschlagskraft? Ah ja. Dock und schlag da durch, wo ist das Problem? Ich brauche jetzt diesen T95. Das ist der Goldene, den man kriegt. Scheiß auf die anderen. Kein Kugel. Du musst echt erstmal leveln, leveln. Ja, das ist so, Junge, am Anfang hat einer gesagt, da frisst du nur Scheiße. Ja, das ist so. Da bist du der Kugelfresser. Der einfängt. Später, deswegen freust du dich auch später. Weil dann geht es wirklich so darum, du hast es dir verdient. Deswegen. Ja, größeres Gefühl. Deswegen. Du musst dich verdienen. Du läufst da aus dem Busch. Vor nichts kommt nichts. Weil das wäre auch ohne gestimmt, bevor jeder kommt rein und hat schon gleich den heftigsten Panzer. Ja, der weiß, was das dann angeht. Ja, aber es wird dann unfair gegenüber denen, die schon länger dabei sind. Ja, natürlich. Weil dann werden die gleich stark unten. Weil dann werden die gleich stark unten. Weil dann werden die gleich stark unten. Oh, der Bereich ist brutal. Wo bist du denn, Junge? Direkt neben die, du feil. Hey, ach da hab ich. Guck mal, mein Panzer. Killer. Wer alle fangen jetzt? Die sind kleinen Panzer. Die sind... V... V... Der. V100, ja. Das sind die. V101, glaube ich. Ja. Das sind zwei, drei schon voraus. Guck mal, wie klein sind. V100. Gewendiger. Guck mal, wie die abgehen. Guck mal, wie die abziehen. Eww. Und der vorhin, den ich eingesehen hatte, der war noch länger als die. Mhm. Ja, wahrscheinlich haben die die erste Version, nicht die letzte. Ging sei. Das ist immer so die Frage, ne? Ich weiß es manchmal ja nicht. Alter, das sind voll viele. Hör. Ehhh. Ehh. Hör auf den großen Slavitan. Hör auf den großen Schloss, du. Oh, der Garten. Hör auf den. Hör auf den. Unsere. Keine Ahnung. Hör auf den. Hör auf den. Hör auf den. Die Junge sind alle da oben, oder? Waren sie? Mitten auf die Fenster! Wie geht's? Ich bin da! Ach du, meiner triffst Null gerade! Dann wirst du da rein! Oben, auf dem Berg! Hey, ich seh, ach da! Jetzt kommt der Vogel an den Saus! Komm, die Karte zu kommen! Bist du schon? Da hieß du ein anderer Intimisieren! Basis! Alter! Boah! Hey, unser Team obert die Basis! Okay, vielleicht schaffen lassen! Ich hab gut auf ein paar abgeknallt! Guck, bei der Flagge sind jetzt mehr unsere! Ah ne, da kommt jetzt Verstärkung bei denen! Du musst ihm helfen fahren! Äh, ich hab ihn getroffen! Da bringst du Angst! Ah! Du musst doch eine Katze machen! Reinfahren! Und dann BAM BAM! Aber ich hab einen Russen erwischt! Ich hab ihn richtig aufgenommen halt! Direkt reingefangen und dann BAM BAM! Gib ich! Ja, deswegen BAM BAM auch zu! Tja! Na geil! Aber dafür hab ich den Russen auch ein bisschen gemacht! Jo! Da komm schon wieder so Flotte! Alter! Ja! Mh, hm! Der Verwacht hier aber auch so, ne? Schau, wie ist der wieder! Tai! Tai, hab ich flink wie die Band! Jo! Obwohl er den kleinen hat, ne! Du hast gesehen, der hat ja noch 1900 alte Energie. Was ist, wir sind echt noch viel zu unterlegen. Digga, rein rein. Immer rauf da, auf die Olle. Immer rein da. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So ein Schwierbarstlöster gesammelt eigentlich. Hm, klar. Was hast du jetzt? Keine Ahnung. Ja. Ich musste so meinen Panzer auch in Action bringen. Aber wie soll ich den Panzer denn, wenn ich keinen treffe mit diesem Billigpanzer? Hm, das ist echt schwer. Aber trotzdem, ich verstehe das nicht. Ich verstehe das auf einmal, ob diese 1 Uhr Zeit durch Geisteskranken läuft. Tja, man kann es mal sehen, keiner kann schlafen. Und dann machen die ihr Leben zur Hülle. Ja, keiner kann schlafen oder Panzer fahren. Tja. Aber ich glaube, am Anfang musst du mehr diese Coop spielen. So dieses einfache und dann die Panzer leveln. Und dann kannst du es am Schluss, wenn du die schon auf Max alles hast, dann kannst du diese Mehrspielermodus machen. Ja, das find's egal. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das das selbe ist oder eben manchmal auch schlimmer sein kann. Weil Coop ist ja so, oder Coop, ähm, mit der Zeit sind es ja auch Spieler. Weil wenn die merken, ey, der kommt ja ziemlich gut voran gegen Geschwister. Da sagen die, okay, jetzt machen wir ein bisschen mehr dafür. Naja. Und dann ist das fast gleich wie jetzt. Wer weiß. Egal, scheiße. Ist eigentlich egal, Bu. Das heißt, wenn man verliert, Hauptsache, man ist dabei. Und das ist, was sie... Hallo, ist das für Panzer hier? Der... Hier, dieser FV4005 ist der krasseste. Guck mal, was er entfernen wollen. Hunter. Aber dafür ist er, glaube ich, wo du schnell. Vor allem bist du fändig. Ich weiß nicht. Und die Russen spielen den nur, äh. Und ich geh mir... Der ballert wirklich alles weg. Wo ist der andere? Aber was ist das? Äh, äh... 47? Ey, da ist sogar polnische Flagge bei denen drauf. Den ich mal... FV4005. Ja, doch. Guck mal, wie viele den spielen. Das sind echt der beste Panzer. Dieser FV4005. Guck mal, wie der auch abgeht, Alter. Ja, joh. Tschüss. Der ist auch kurz zu hoher, eigentlich. Viel wendiger und... Das ist wie Elke, wie von hinten hoch. So ein... Sottel zu. Ich weiß nicht, ob die Kuh ist. Argen, irgendwie. Ach, da kann ich eigentlich... Der Leuchte da vorne ist ein ... der stirbt uns zu Torrent und kann sie gut düstern jetzt so sogar. Ja, das versteckt man da irgendwie ein Felschen. von wo schießen die immer durch mein gott was geht hier ab? was geht hier ab? was ist hier passiert? was? von wo schießen die jungen? was hast du gesehen? bei mir zerstört man und dann was ist da passiert? ich hab voll den rahmen weil der hat nicht mehr so viel energie okay was ist da eben? oh an da oben steht fast sind immer 14 zu 14 aber dabei bin ich doch auch und andere auch hm ne wie ist? aber ne ich bin sonst dem am Anfang zu einem gewehr aber trotzdem bin ich in den rein gefahren ich hätte voller energie raus und dann bumm weg beide ich und er shit Victor Victor bist du raus? ein Victor alter jung das ist vielleicht dieser von damals von Ilm stell mir vor sicher irgend so ein Victor der regiert sich von Ilm der trinkt da durch aber sie mit er die in desti wird still das denn jetzt Bach schnack nicht rum immer rein jungen immer rein nicht lang schnacken kopf in stimm mal vor irgendwann flippen wie ist die buchkuhle damals malerbetrieb jude steht kill it by malerbetrieb b h 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